Hallöschö meine Freunde, ihr durftet abstimmen. Spielen wir weder Call of Duty oder nicht? Die Mehrheit war dafür. Eigentlich hatte ich einen Vlog da vorbereitet, aber... mehr aufgeregt als alles andere da. Das ist natürlich... Halt die Fresse! Gib der *** und mir Lichthupe! Hier ist 100! Du Stück Scheiße! Verpiss dich! So, tschüss! Rene, wer biest dich! Und ja, wir spielen heute zum Start der Serie ganz edel und klassisch Black Ops. Nicht Modern Warfare, obwohl heute die neuen Maps raus sind. Kommt aber auch noch. Ich hab mich nämlich entschieden einfach zu gucken, ja komm, spielen wir nicht nur Modern Warfare, ist irgendwie kacke die ganze Zeit dasselbe. Wir spielen einfach auch mal ein paar alte Call of Duties, je nachdem ob ich Spieler finde. Wir können Black Ops zocken, so wie heute. Wir können Modern Warfare 2 zocken. Modern Warfare 3 leider nicht abwärts kompatibel, müsste ich mal eine alte Konsole anschmeißen. Müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Und eventuell auch Black Ops 2. Aber schauen wir mal. Erstmal muss ich wieder reinkommen. Ich hab ewig nicht gespielt so richtig. Nur mal so ein bisschen reingeluckst bei Modern Warfare. Meine alten Skills sind nicht mehr da. Ich glaub nicht, dass ich irgendwas geschissen kriege, aber schauen wir mal. Ich wünsch euch viel Spaß mit dem Video und immer rein dann, ne? Als ob bei Black Ops 1 noch 1,2 Millionen Spieler online sind, alter. Willst du mich verarschen? Glaub ich nicht. Wir suchen jetzt einfach Team Deathmatch. Als ob. Fast hat's gestartet. Ja, ist natürlich echt. Alter jetzt, ne? Hier sind nicht mehr viele Spieler unterwegs. Alter, wir sind halt für Pistenhelden, alter, die rein- und rausjoinen. Weil die ja so viel Auswahl haben, ne? Zwingt mich doch nicht nach Modern Warfare zu gehen, ey. Aber wenn jetzt hier schon nicht flutscht, wurde eigentlich am besten geflutscht. Statt zuletzt, äh, dann wird bei MW2 überhaupt nichts los sein. Das hat schon irgendwie was komisches, ne? Wenn man so ein... Ist ja wie eine Geisterstadt, das Spiel. Ist einfach keiner mehr da. Ist irgendwie traurig. Irgendwie, weiß ich nicht, ey. Nicht guten alten Zeiten, ey. Sind ja endgültig vorbei. Wir müssen heute Black Ops 1 auf der Xbox bestatten. Wir haben uns hier versammelt. Wuhu! Um zu zacken! Richtig. First Kill nach all der Zeit. Das wenigstens schon mal... Boah, Alter, auf der neuen Glotze, Alter. Wenn ich das mit damals vergleiche. Ich schmalze in den Ohren. Äh, wo... Was? Boah, Dropshots gehen auch nicht mehr, Bruder. Das ist nicht der Pfenniggeil, ach. Ich hab, äh, scheiße. Ich hab kein Taktik-Dings drin. Boah, ich muss erst mal richtig wieder reinkommen, Alter. Die Steuerung ist so ungewohnt. What the fuck, Alter? Ey, da kommt der Köter einfach um die Ecke. Ah, ist das ungewohnt. Aber auch, ey, ich glaub, der ist mein Controller, der behindert ist. Das fühlt sich fast so an wie das neue Modern Warphe. Nein, nein, Mann. Was macht der denn da? Da ist ja auch was los, oder? Spionageflugzeug hält sich bereit. Uh, uh, uh. Luft. Der Feind stört unser Radar. AAAAAAAA! Aber Dropshots krieg ich wahrscheinlich gar nicht mehr hin. Da bin ich so schlecht damals. Ich hab da nie richtig angefangen zu nutzen, diese Dropshots. Ach, fuck, Alter. Die hätt ich noch gekriegt. Die hätt ich noch gekriegt. Komische Geräusche. Komische Musik. Ah, ah, ah. Wo seid ihr denn? Oh, wie hat der mich denn noch weggehintet, Alter? Jetzt wär der Dings wieder gut gekommen. Ich hab hier auf dem Stick, hab ich hier Messer. Drei Kills braucht der noch. Was haben wir denn hier? 9 zu 8. Nicht so elegant. 9 zu 10. Naja, versuchen wir es mal. Auf Summit. Summit. Oh, Mann. Good old times. Puh, ich bin gespannt, Alter. Boah, das ist alles so lange her. Ich muss echt mal erstmal wieder meine Hände in den Griff kriegen. Ich bin nur noch Rennspiele gewöhnt. Nur drei Leute. Okay, das wird ein One-on-One. Okay, das wird gar nichts. Wir haben eine Lobby gefunden. Leute, Radiation am Start. Wir haben eine Lobby. Wir haben eine Lobby. Wir haben eine Lobby, Mann. Oh, hoffentlich schmiert das nicht ab hier. Oder ist irgendwie Hecker-Mecker-Ecker. Okay, das war richtig Fail. Wir sind in Führung. Ah, ich muss nachladen. Hey, warum hab ich die geknüppelt? Was war das denn für ein Lauch-Move? Alter, was ist mit mir kaputt? Ich bin voll am Ablosen, joo. Oh, Mann. Das waren schon Zeiten damals. Black Ops 1 war bei mir auch so ein Spiel, weil ich von Anfang eigentlich gar nicht so gezockt hab. Erst im Nachhinein hab ich damit angefangen. Ich hab hier noch einen Camper drin sitzen. Einer, der nur auf der Stelle sitzt. Da hab ich keinen Bock drauf. Da ist er so doof und kommt zurück. Was zur Hölle? Oh, ich bin so doof und geht zurück, weißt du? Oh, Mann, Alter. Ich muss echt wieder. Oh, das... Oh. Okay, da oben ist einer. Machen wir Schmutzbeseitigung. Habt ihr gar nicht gesehen. Habt ihr geskippt? Kommt der U2 in der Luft. Sie sind blind. Boah, aber der war aber auch kräftiger Lag jetzt mit drin, ne? Ich will da nicht rein. Da ist ein Camper. Da ist ein Camper, aber ohne Witz. Es laggt so ekelhaft, obwohl ich drei Balken hab, irgendwie, ne? Wart, da oben auch! Du H*** soll hier nochmal spielen, Alter. Was machst du denn da? Dafür leg ich doch das alte Game nicht rein. Um immer noch rumzupimmeln. Pimmeln! In der Ecke, Alter! Arscher Zupfer! Alter, weißt du? So richtig Bitch-Move, Alter. Noch mit Konter hier, Radarstörer. Schön am rumcampen. Schön am rumlauchen. Was ist los? Einser KD. 8 zu 8. Man kennt ihn. Scheiße wie eh und je, Alter. Ich war zu lange weg. Zu lange weg. Ich hab noch keinen Dropshot bis jetzt probiert. Ich bin der Beste. Piss dich. Wie hat der das überlebt? Wie hat der das überlebt, der Hund? Mach mal ein bisschen unsicher, oder? Piss dich! Jetzt muss ich erst mal richtig klarkommen, hier wieder. Okay. Ich bin auf Spannung! Onkel, Onkel, Onkel! Verbündete U2 unterwegs. Wir gewinnen diesen Kurs nicht aufgeben. Häh! Verbündete U2 unterwegs. Nein! Wie konnte ich nur? Nein! SR71 startbereit. Toll. Blackbird. Verbündete Fernlenkladung einkommen. Nein! Ich wollte den letzten holen! Aber... Gute Runde. Gute Rückführerrunde für mich, Alter. Um wieder reinzukommen ein bisschen. Schade. Ich hätte da einfach straight draufgehen sollen. Vielleicht den letzten Kill geholt. Was habe ich denn hier? 18 zu 9. KD auf 2 gesteigert wieder. Kann man noch mit leben, ne? Wie sagt der Mond-Thema? Alles unter 10 ist noch okay. Puh. Aber war eine intensive Runde. War eine intensive Runde. Ey, 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 ey. Das fühlt sich gerade so gut an, ne? Diese Anspannung, die man einfach hat, Alter. Boah! Wie damals. Alter, ich bleib hier erstmal noch drin. Würde ich mal behaupten. Solange ich hier jetzt spielen kann, werd ich jetzt spielen. Bis ich halt so hart auf die Fresse krieg, dass ich keinen Bock mehr hab. Oder, äh, ja. Ich genug gespielt hab, ne? Boah, Launch. Alter, auf der Map hab ich damals auch ein paar geile Momente gehabt, ey. Das waren, ey, das waren Zeiten. Boah. Vielleicht hab ich ja Glück, Alter. Ich werd auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren, ob ich Spieler finde bei MW2. Auch wenn es da ein bisschen extremer noch mit dem Hackern ist. Ich hab keinen Plan mehr, Alter. Ich kenn mich hier nicht mehr aus, ey. Ich weiß nicht, wo ich mich positionieren soll. Das steht hier schon nach Camper. Ja, die schimmeln hier wieder in einem Bereich, Alter. Habt ihr das Aim gesehen? Richtig für den Arsch. Wie die hier rumschimmeln, Alter. Ich werd bängiger. Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, was ich hier umgestellt hab. Scheiß, die wandern aber wieder einer schneller. Junge, Schnauze. Das spawnt einer hinter uns. Ich werd behindert. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Cobra bereit. Ich muss jetzt Spawn wechseln, irgendwie. Die wollen durch die Kiste. Ich weiß, ihr wollt die Kiste. Oh, fuck! Fuck, Alter. Fail, Alter. Wie sieht's aus? 11 zu 3. Onkel kommt langsam wieder rein ins Spiel. Achtung, Napalmangriff. Weiter Druck machen, das schaffen wir. Spionageflugzeug hält sich bereits. SR-71 online. Oh, nice. Die kriegen aber gerade richtig auf die Klöte, ne? Nein! Ich hab schon wieder keine Abschlusskill hier. Oh, der Beat, halt. Die Musik, ey. Einfach nur geil. Und wie sieht's aus? Standardkill hier. 14 zu 3. Mit dieser Runde, würd ich sagen, verabschieden wir uns aus dem Video. War doch mal eine angenehme Sache, mal wieder zu zocken hier. Ich bin ein bisschen weg. Aber ich glaub, ich brauch noch viel Zeit, um wieder klar zu kommen auf Call of Duty. Aber für den Anfang, würd ich sagen, haben wir uns von Runde zu Runde wieder gesteigert. Und vielleicht trifft man den einen oder anderen von euch ja auch mal in Zukunft hier. In dem Sinne, lasst ein Like da. Support ist kein Wort. Und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.